Schalom und herzlich willkommen zur wöchentlichen Andacht von 5.8.2024 von Amir Zafati und Barry Gottes Verheißung erfüllt. Das Land war tot. Das Land wurde für Pennies, für Dollar verkauft. Das Land war im Grunde genommen verwaist. Und Gott sprach, es gibt einen Zeitpunkt, an dem ich sagen werde, jetzt ist der Zeitpunkt. Es ist Zeit, dass mein Volk in sein Land zurückkehrt. Aber das Land ist tot. Also werde ich diesem toten Land zuerst Leben einhauchen. Ihr, o Berge Israels, sollt also eure Zweige austreiben und was bringen? Eure Frucht für mein Volk Israel. Gott sagt, dass dieses Land dem Volk Israel gehört, seinem Volk Israel. Und Gott wird dafür sorgen, dass das Land nachhaltig ist, sodass sie zurückkehren und darin leben können. Und dann sagt er, ich muss es tun, bevor sie kommen, denn, denn sie werden kommen. Nachdem also dem Land Leben eingehaucht würde, käme die Rückkehr des Volkes dran. Und das ist sehr interessant, denn die Bibel sagt im selben Kapitel, Denn ich will euch das jüdische Volk aus den Völkern holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. So steht es in der Bibel über den Besitz des Landes Israel. Das ist es, was die Bibel über den Plan Gottes für das Volk Israel sagt. Er würde das Land heilen und das Volk von dort holen, wo immer sie auch seien. Jeder, der Israel besucht hat, hat die Erstaunlichkeit und das Wunder des Landes erlebt, dass die Heimat von Gottes außerwähltem Volk den Juden ist. Die Geschichte, die Kultur, der Berg Karmel, das Tal der Tränen, Magdala und eine Vielzahl anderer Orte und Dinge erinnern uns daran, was für ein besonderer Ort Israel in der Vergangenheit war und heute noch ist. Eine der beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten Israels wurde jedoch nicht aus alten Steinen erbaut und es handelt sich auch nicht um einen Ort, der mit einem bedeutenden historischen Ereignis verbunden ist, wie zum Beispiel das Tal von Ela mit der Geschichte von David und Goliath. Dieser erstaunliche Ort ist das Jesreltal. Ein reiches und fruchtbares Ackerland, das ein unbestreitbarer Beweis dafür ist, dass Gott zu seinem Wort steht und seinen Verheißungen treu ist. Dieses üppige und fruchtbare Tal lag fast 2000 Jahre lang brach und doch wimmelt es heute von Feldfrüchten und Blumen. Hezekiel 36, Verse 34-36 Und das verwüstete Land soll wieder bearbeitet werden, nachdem es zuvor verwüstet da lag vor den Augen aller, die vorübergingen. Dann wird man sagen, Dieses verwüstete Land ist wie der Garten Eden geworden und die Städte, die einst verödet, verwüstet und zerstört waren, sind nun befestigt und bewohnt. Und die Heidenvölker, die rings um euch her übrig geblieben sind, sollen erkennen, dass ich, der Herr, es bin, der das Abgebrochene aufbaut und das Verwüstete bepflanzt. Ich, der Herr, habe es gesagt und werde es auch tun. Angesichts all dessen, was wir im Nahen Osten rund um die Nation Israel erleben, können wir uns an zwei erstaunlichen Beweisen für Gottes Treue erfreuen. Wir können erkennen, dass Gott die Juden in ihre nationale Heimat zurückgebracht hat, dass er das Land gesegnet hat und dass es gedeiht, wie er es versprochen hat und dass wir sicher sein können, dass die Feinde Israels nicht siegen werden. Denn kein Mensch, kein Land, kein Dämon und kein Teufel kann bewirken, dass Gottes Verheißungen vereitelt oder rückgängig gemacht werden. Dies enthält auch eine persönliche Erinnerung an uns. Wenn das Leben wie eine lange Durststrecke erscheint und wir das Gefühl haben, dass das, wofür wir gebetet und wonach wir uns gesehnt haben, niemals eintreten wird, hält Gott immer sein Wort und unsere Feinde können daran nichts ändern. So wie der Herr Israel und dem Land versprochen hat, dass es in Vorbereitung auf die massenhafte Rückkehr der Juden aufblühen würde, so bereitet er vielleicht auch etwas für dich vor, das noch unbekannt ist. Er hat versprochen, uns niemals zu verlassen und uns nicht aufzugeben. Er hat uns gesagt, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann und niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Das bedeutet, dass die dürren Zeiten nicht unser Ziel, sondern lediglich vorübergehend sind. Was tun wir also in Zeiten wie diesen, in denen Israel von Feinden umgeben ist, in denen ein Großteil der Gemeinde vom Weg abgekommen ist, wenn Böses und Gutes ihre Definitionen vertauscht haben? Erinnern wir uns an das Jezreltal. Ein Ort, der einst Sumpfland und unfruchtbar war, ist heute reich an Landwirtschaft und Ackerbau. All dies beruht auf der Tatsache, dass derjenige, der es versprochen hat, treu ist und es tun wird. Auf uns wartet ein Zuhause, das noch üppiger und schöner ist als das Jezreltal oder irgendein anderer Ort auf der Erde. Gott hat versprochen, dass wir dort durch das vergossene Blut seines Sohnes die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Es wird nie wieder eine dürre Zeit, eine vergossene Träne oder erlebten Schmerz geben. Es wird dort niemals Trauer oder Tod geben. Wenn er schon einem Stück Land treu ist, wie viel mehr wird er uns, seinen Kindern treu sein? So komme bald, Herr Jesus. Bücher von Amir gibt es in deutscher Übersetzung beim CMV, christlicher Medienvertrieb Hagedorn, im Internet. mitgebracht.